Ja, hallo, erstmal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ja, ich bin der Terra. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Was mir vorhin aufgefallen ist, ich nehme jetzt mal die Maus. Hier, wir haben eigentlich alles abgeschlossen, ne? 99, 18, ach ne, hier fährt noch 2. Verstecker, ok. Deswegen noch nicht ganz voll hier, die 97%. Abgeschlossen Mission, weiß nicht, was das bedeutet. Gräber ist klar. Aber hier heraus, von abgeschlossen. Geschafft 4 von 4. Wobei ich noch gar keine weitere Zielscheibe gefunden habe. Also lasst ihr das mal so, wie es ist. Brauchen wir nicht mehr gucken. So, hier haben wir angelegt. Pfeil und Boden. Boah, ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf. Karte aktualisiert. Ach, hinter uns noch. Ok. Überlebensverschdecke, ne? Jetzt finden wir die letzten. Ne, 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 nicht da unten, oder? Na toll. Tolle Wolle, tolle Wolle. Äh, okay, äh, hinter unten. Die kommen da jetzt hin, überhaupt. Hä? Da hoch? Also manchmal frage ich mich, was denn nun hier? Da drüben. Okay. Huh. Das ist ja auch ganz schön versteckt gewesen, ne? Mhm. Ach, wir hätten ja auch hier runtergehen können. Oh Mann. Terra. So. Das nächste liegt voraus. Das andere ist dahinter. Ach so. Okay. Münzverstecke, Berlin-Vertig. 19, 3, ja, zwei Stück noch. Das ist das und das. Genau. Müssen wir eine Reinteorung wieder nochmal runter. Och Mann. Jetzt fängt es sich an, hier in den Wurf zu laufen. Gut, da blinkt. Ah, das ist hier. Äh, war es das? Mit dem Münzversteck? Äh, das Geheimnis, ja. Ich glaube, das war es, ne? Mann, ist auch ein Misswell hier. So, hier müssen wir hin. Ich muss Schutz suchen. Jo, dann lauf doch mal. Tiefschnee ist nicht so schnell. Ja, bist eigentlich geil gut angezogen. Und das Metall, wenn das durchgekühlt ist, dann kühlt es noch hinterher. Und? Wat nu? Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest. Von Anfang an. Dass es die Wahrheit war. Keine armen Märchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara. Jo. Es ist Zeit. Joana wartet. Jetzt hat's doch auch schon Hallos. Ja, alles ist kalt. Genau, da war ja was, ne? Da war ja was. Was müssen wir noch machen? Oh, sie müssen wieder Kletterhaken. Nicht viel noch was? Nö. Okay. Wir müssen da lang. Du-du-du. Ah, ich seh den Boden gar nicht, Lara. So. Ich hab Giftpfeile ausgesucht. So, also die Frage, warum ist da schon... Man kann oben, man kann unten lang. Woher? Wo gehen wir lang? Unten, natürlich, ne? Wie gehen wir erstmal? Hä? Wie gehen wir erstmal rund? Oh, die Musik. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Nicht hier wat. Äh, nö. Ob wir oben lang gekommen wären, weiß ich nicht. Ja, bestimmt, ne? Dann würden wir das Klettern sparen. Äh, das kriegen wir raus, wenn wir jetzt dagegen springen. Ob wir runterfallen oder nicht. Gott. Uuuuuh. Ist mir schon mal gut, dass er automatisch, äh, die Achs wechselt, wenn sie hochklettert. Und? Ah, ich hatte ja schon mal erzählt, ich hab das Spiel schon mal gespielt, aber das war 2015, wo er rausgekommen ist. Seitdem ist er lange, lange Zeit vergangen. Habe ich schon wieder vieles vergessen. Ja, und nach dem Schlaganfall und so, ne? So. Und ich bin noch nicht der Typ, der jetzt irgendwo welche anderen Videos guckt, von welchen Spielen, die ich gerade spiele. Guck mir nur Videos an, von denen ich, wo ich die nicht gerade spiele. Darüber? Da geht's tot? Müssen wir nach da, nach da, oder wat? Hm, okay. Er ist gerade raus, der nach links. Uh. Oder kommen wir gleich da ran. Da geht's wieder raus. Wo geht's denn da lang? Wollen wir mal testen? Da müssen wir gleich, gleich da, äh, da, dagegen springen. Okay. Oh. Falschgesprung. Müssen, geht das überhaupt da hoch? Äh, warte mal. Na gut. Weil dat wollen wir doch mal wissen, ob's da weiter geht, da oben. Geht's denn weiter hoch? Nö. Kommst du wohl da und dann ist Feierabend. Schlicht im Schacht, oder? Kennt ihr dat auch, wenn ihr hier so guckt und wollt unter dem hier durchgucken und ihr sitzt vorm PC oder vorm Monitor und macht euren Kopf runter? Ja, Kletterpfeile können wir da anbringen, aber die kommen da ja nicht gegengesprungen, ne? Oh, nicht von da. Äh. Na gut. Wir gehen mal weiter. Wir haben auch noch die Rüstung an, fürs exzantinische Feuer. Ne, griechische Feuer, ne? Trinity aufspüren. Okay. Hier ist nix. Blö, blö, blö. Oh. Schon wieder was Rotes hängt. Wenn was Rotes hängt, dann heißt das ja wieder klettern oder was? Ach, hier Eispickel, okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann was werden. Hey. Gut. Jonah muss irgendwo da oben sein. Oh. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporter vor. Jetzt wissen sie auch, wo das ist. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Hä? Bruder? Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbe... Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Nicht von Trinity? Von wen denn? Die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Wow. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Jonas, komm, halte durch. Die müssen da rum. Oh, guck mal, das ist eine Gondel. Aha, aha. Ach, Eis klettern. Ja, deswegen haben wir die ganze Sache gekriegt, hier, glaube ich. So. Uh, wupp. Schwuppdiwupp. Kletterfaddel? Nee. Ich muss bestimmt bloß ranspringen, oder? Ja, komm. Ah, ah, so. Hier rüber würde ich meinen, oder? Denn da hoch? Oh. Okay. Erstmal hängen lassen. Gucken, ob hier was ist. Ja, ein Hinschen ist da. Ding. So. Auch wenn es nur zwei Punkte sind, aber, nö? Geht ja um die Ressourcen, so. Was für ein Waldgebiet. Das heißt ja wieder nichts Gutes. Sind bestimmt Feinde. Nee, ins Wasser wollen wir nicht. Wir wollen hier rüber. So. Wo sind wir? Ah, wartest du mit dir? Sie guckt. Hm. Spuren. Hm. Spuren. Ja. Fahrzeugspuren? Hm. Fragen wir die Spuren auf dem Weg zum Berg? Ja, 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 ja. Machen wir, machen wir, machen wir. Können wir da gedrehen? Öl. Hau gut einfach ab. Dammit. Sie sind überall. Ach, du komm. Welche Pfeile haben wir? Gift. Oh Gott. Können wir jetzt einwandeln? Nee, ist voll. Wir schauen mal kurz Karte. Ich glaube, die gelben Punkte waren hier Hartholze, ne? Auch voll. Aber gleich nicht mehr. Wir brauchen noch drei Blattpfeile, ne? So. Dass er aufholen lässt. Wir gehen erst mal nach da gucken. Bevor wir hier so einfach wild durch die Gegend eiern. So. Na, was heißt wild durch die Gegend eiern? Wir eiern ja eh durch die Gegend, ne? Ach, ein Reh. Okay. Du hast ja was gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen. Aber Konstantin wird das schon bald herausfinden. Na, Kopf, Käppi, Bums, bitte. Uh, Schweingart. Na. Gut. Scheinen noch welche zu sein, oder? Ne. Sie steht. Holz. Grob, grob. Paar Hoppelhaas. Was ist das Rote da hinten hier? Was ist das? Pilze? Nehmen wir doch gerne mit. So. Wir versuchen das mal lautlos wie möglich zu machen, ohne aufzufallen. Ich schau mich kurz mal rum hier, ob da noch was ist. Ihr wisst ja, sonst blutelt wie der Terra seine Blutgeier hert. Ach, du Schmalt. Ach, da ist ja schon wieder flacke. Das heißt doch wieder springen, oder sowas, oder? Von oben. Okay. Okay, ich gehe erstmal hier hoch. Uh, da geht's aber runter. Na, okay. Ich kann hier auch nicht schießen, schade. Nicht nötig. Alle parken zusammen und bereiten sich auf den Abzug. Gut. Werden wir endlich, was wir wollen? Schwer zu sagen. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten. Hm. Okay. Hier hoch, da. Können wir von hier aufschießen? Ja, jetzt. Hm. Wo sie eben zusammen gestanden hätten, das hätte mir gefallen. So. Kommen wir da rüber? Ich glaube, wir machen wir alles von hier oben, ne? Wo bist du? Stehst du jetzt hinterm Baum? Ja, na klar. Oh, vier zu spät. Können wir auch da weiterspringen, ne? Danke. Voll. Voll. Und. Vielleicht hätte er beinahe gefehlt, da hat uns noch einer erwischt hier. Na, der haut ab, ne? Da ist wieder einer dahinter. Okay. Da geht der, da geht der. Hä? Der kommt zurück, ne? Jo. Wow. Gut. Jetzt könnten wir runter, ne? Gleiche einsammeln hier. Da ist noch Holz. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Hey, die Schickfälder hier. Ist das dein erster Feldeinsatz für Frenity? Nein, ich wurde geschickt, um die Insel zu sichern. Nach Crofts Flucht. Warte. Warte. Das habt ihr nicht erwartet, wa? Ha, 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 ha. Let'sch, Terra, du bist ja richtig. Oh, da ist auch ein bisschen eine, oder? Ich leite sie nur so. Was zur Hölle? Hier, da ist noch einer. Ja. Oh, 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 oh. Ach, ja, 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 ja. Wollt ihr für eine keinen Giftpfeil benutzen? Oder der Verschwendung? Breitplatz, Kletterteil? Ja, ich weiß. Dann kommen wir da hoch, ne? Hier, genau. Irgendwie den Magnesium-Facken folgen. Aber wir schauen uns noch mal um. Ob wir hier noch was finden, was wir bekommen können. Guck, die geht doch noch hier hinterher. Aha. Tiefschnee. Oh, oh, oh. Da ist doch was, ne? Sag ich doch, sag ich doch. Karte? Waffen, Wandgemäle und Dokumente. Zeig ich mal. Voraus. Aha. Okay. Hinter uns noch was liegen lassen hier? Nö. Bam, 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 bam. So, ich glaube, ich habe auch schon meine Länge erreicht. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob wir Jonah befreien können oder nicht, dann müsst ihr wieder einschalten. Ich bedanke mich auf alle Fälle jedenfalls fürs Zuschauen, fürs Zusehen. Und wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, einfach mal ein Like da lassen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Euer Terra. Bye, bye.